SEGA Habe ich gesehen es gibt tatsächlich für den für das sega 32 x und ja das 32 x Spoiler da machen wir 2021 was bei so viel hat das ding nicht Und dann gibt es tatsächlich eine fortsetzung von sechsen Ich habe es auf youtube merken guckt ich bin mal gespannt wie das hier ist Wollen wir mal options gucken Ach komm easy, easy ist gut Easy ist gut, dann kann ich das video mehr strengen Stage one damit fangen eine menge spiele an Ich habe schon ein bisschen gesehen es hat so ein bisschen was als wäre es so starfox oder so Halt sega 32 mit extrem viel power Okay Musik ist ganz cool Okay Okay jetzt wird die musik ein bisschen abgespacet Jetzt gemacht Jetzt bin ich nur mein Satellit Mein kleiner kleiner Satellit What Okay Okay sind das mechs? What the hell? Was passiert hier? Spice one Ich bin jetzt auf der botische Seite Das meins Hallo Ist das meins? Scheinbar Kann ich ja wieder wechseln? Ich möchte gern wechseln Ähm, wechsel ich den? Boss? Höchstwahrscheinlich. Oh! Also eine interessante Version. Ja, ja. Ready, bin ich. Immer. Wow. Kann ich den? Kann ich den am Fuß treffen? Wow. Kann ich den Hacken wegballern? Bist du Achilles? Wie besiege ich den denn? Venom verzweifelt. Schreiben Sie jetzt in die Kommentare, wie sehr. Also es spielt sich gut. Es hört sich gar nicht mal so Käse an. Aber mache ich den hier? Ja, ja. Das habe ich schon verstanden. Kann ich da einen nach vorne? Ja, ja. Okay. Das Problem ist nicht das Ding, sondern die Schiffe rammen mich. Ja, ja. Ja, ja. Das ist halt nicht wichtig. Ja, ich ausgebef Blake. Achso, den kann ich gar nicht platt machen, oder was? Ach, jetzt schmeißt der auch noch mit Gegenständen. Was bist du? Mecca-Gonzilla, oder was? Eigenwillig. Da ist er wieder. Ich hab ihn getroffen. Ich weiß nicht wie, aber... Okay. Da hätte ich nicht reinfallen dürfen, das ist super. Das wird ja immer dunkler, ey. Also... Ich hab auf jeden Fall gerade getroffen. Aber vielleicht sieht's auch nur so aus. Du bist aber der Böse, ne? Oder bist du jemand, der mich unterstützt? Und ich versteh das deswegen nicht. Nein, der macht mich auch gut. Nee, versteh ich nicht. Ja, sechstens Mother Base 2000 for the Sega 32X... Sega. Ja. Ja. Wie gesagt, mehr vom 32X, seid mal gespannt, was da noch so kommt. Ja. Eigenwilliges Game. Aber interessante Musik. So, und jetzt Swinging! So, komm, ich lass euch jetzt mal eben ein bisschen danzen. Auch der Herr Rimtour in seinem Büro. Das muss reichen. So, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.